So, wenn Sie sehen konnten, geht es mit dem richtigen Video los. Heute machen wir nämlich S-Bahn gegen U-Bahn. Oben seht ihr die Punkte-Langeblende. Kommen wir nun zur ersten Frage. Die lautet, wer ist schneller? Die S-Bahn hat eindeutig höhere Geschwindigkeit, was sie auch im Normalverkehr fahren würde. Also der erste Punkt geht an die S-Bahn. Die zweite Frage lautet nun, wer fährt öfter? Die Ringbahn fährt natürlich alle 5 Minuten, meistens. Die U-Bahn fährt aber meistens bei den großen Überlinien, also von U5 bis U9, fährt die immer alle 5 Minuten. Ich würde diesen Punkt an die U-Bahn gehen. Und nun die letzte Frage, denn es steht 1 zu 1. Ich fühle es sehr schwer, die Anzahlung zu treffen, weil beide ziemlich laut sind. Aber ich habe dann zum zweiten Mal die S-Bahn ausprobiert.